ok und immer weiter immer weiter immer weiter damit kann jetzt kann der mensch damit lernen ich als trainer kann die leute jetzt begleiten wenn sie immer weiter steigen das habe ich noch nie gesehen noch nie obwohl ich so lange auf dem markt bin aber das ist für mich wir haben aber noch ein kleines wenn jemand doch weiter empfehlung machen wir meinen drei ehemaligen wo denn der ersten ehemaligen prozent auf dem investment deiner direkte 3 prozent in der zweiten ehemaligen und zwei prozent in der dritten ehemaligen aber das abgedrehteste überhaupt und das nicht einmal sondern immer wieder wenn reinvest passiert was aber jetzt wichtig ist wenn du die erste ehemalige provision haben muss man ein eigenes von 500 euro haben in der zweiten ehemaligen von tausend euro ist es ist es ist Untertitelung des ZDF, 2020